Was geht ab hier ganz schön, willkommen zurück zu der neuen Folge Worms Clan Wars. Heute mit Special Regeln und zwar habe ich ein Set gebaut mit Sachen, wovon ich der Meinung war, dass wir die nicht so oft benutzen und deswegen haben wir nur die. Uuuuh, die benutzen wir wirklich nicht häufig, holy fuck. Ähm, äh, ja gut, Kisten kommen auch noch, vielleicht ist ja eher was dabei, was irgendeiner möchte. Okay, du Gangster. Ja, dann benutzt man aber die Uzi. Ja, haha, drive-by-shooting. Weil ich bin ja auch, ich habe ja auch so eine krasse El Capone Käppchen. Unten Hitler war. Ja, 53, äh, 35, 35 Schaden. Nein, 35 Leben, Alter, 65 Schaden, so. Okay. Mein Gott. Hä, 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 hä. Äh, hä, hä. Wie ist denn jetzt die da unten links weg? Warte mal. Wasser gehört nicht. Ich habe eine Idee, aber so weit kommt der, glaube ich, nicht. Ja. Ich will auch eigentlich das Leben haben. Haben wir Seile? Ja, okay. Da, wo keine Zahl dran ist, die haben wir unendlich oft, oder? Das ist richtig. Okay. Wie lange gehst du so? Oh, das reicht nicht. Oh, das ist belastend. Kade. Das ist ja schon mal ein Weg anfangen für die, wie nett. Ja. Das ist aber länger, als ich dachte. Ja. Aber nicht, aber zur Hälfte bin ich gekommen. So eine Kacke, ey. Oh, Gott. Bramens.com Äh, ich weiß nicht mal, was diese Dinge alle können. Ja, ich auch nicht. Also, das ist Wasser. Macht, macht nochmal der Geflügelte Affe. Der setzt so scheiße auf dich. So ein riesiges Ding. Nervt einfach nur. Alter, ganze sechs Schaden. Der geht richtig ab. Und nochmal. Ja, voll auf mich. Ja. Uh, der hat gesessen. Und ins Wasser auch noch rein. Ja, ist das im Wasser? Ja, ist das im Wasser. Oder? Nee, das war nur Gift. Ich weiß es nicht. Der ist auf jeden Fall ziemlich gefickt. Aha. Ja. Mach man da jetzt. Nee, das könnte sein, dass da nicht reicht. Was macht man da jetzt? Was macht man da jetzt? Urms. Bleiben wir hier, gehen wir nach Hause. Rutengräber wissen wir ja mittlerweile. Hat auch leider niemand in die Kommentare geschrieben, was der macht. Das ist doch alles scheiße jetzt. Sieg. Nein. Ja, ich dachte aber, der würde vielleicht Schwung machen. Mann, ich kam da ja nicht hinter. Ich hab mir schon gedacht, dass ich jetzt Schaden kriege. Mann, ey. Ich durche die Uzi nehmen müssen. Bin ich da mehr bewegt? Ich weiß es nicht. Gefällt mir alles nicht. Was kann ich denn hier machen? Gefällt mir auch nicht. Überfall ist wahrscheinlich nur Sachen, die ihr tatsächlich auch habt. Was hat Sachen klauen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Kannst du... Ja, Mensch, also ich hab ne krasse Shotgun. Die will man schon haben. Du musst einen weiter... Nein, nicht weiter zu mir, Alter. Du sollst doch... Lol. Was ist das für eine Scheiße? Ja, okay, der 100er fliegt von mir aber trotzdem jetzt erstmal nach Abgrund. Nee. Oh, nicht. Okay. Was ist das für... Ich schieße auf dich mit der Shotgun. Dein leichter fällt auf mich. Machen wir das gleiche jetzt nochmal. Nee, ich probiere was aus. Okay. Was ich vielleicht da hochkommen sollte. Was nicht der Fall ist. Gut. Hab ich ja auch den Boden weggeschossen. Das war mein Plan. Ja. Oh, ausknocken. Ist er jetzt dann nicht mehr dran? Wenn er dran wäre, ist dann stattdessen ein anderer Wurm dran. Ja, ich glaub, der war im Wasser. Ja, hast du recht. Naja. Hast du einen mehr dieses Mal? Naja, Stumpi. Oh, Scheiße. Geil. Danke für den geflügelten... Danke für den geflügelten Affen. Kann ich ja viel mit anfangen. So, machen wir jetzt mit dir. Make a move now. Wow. Oh, Katsching. Nein. Oh, nö. Ja, Katsching. Das ist richtig, Peter. Da muss man nochmal direkt gucken, ob man für C da nochmal direkt was kaufen kann, was halt nützlich ist. Und ich hab was gefunden. Dieses Katsching-Geräusch, der zackt, der war hart. Okay. Ich hab aber kein Geld. Oh, Mann. Ist auch gut so. Komm ran, Peter. Wir können gerne ein Duell machen. Hier, 150. Und einer ist von mir ausgedockt. Und ich hab schon Tote. Ich glaub, ich bin vor dir dran. Ja, das ist bescheiden. Macht nochmal der Blitzschlag. Ist der zum Wiederbeleben gedacht? Ich glaub schon. Wissen tue ich dann nicht. Aber wissen tue ich dann auch. Du kannst auf jeden Fall auch Schaden damit machen. So, ja. Ich hab sehr verwandt ins Gesicht gestellt. Ich brauch Geld. Scheiße, ey. Das ist ja hier voll wichtig. Ich brauch Geld. Geld ist voll wichtig. Okay. Ich seh ja da schon Geld. Das schaff ich nicht, oder? Naja, da bin ich zu doof für. Das wird nix. Das probier ich gar nicht aus. Was hast du vor? Eins bis eins? Ich hab erst gedacht, ich kann vielleicht da oben den 70er, der auf der Kiste ist, irgendwie wegschießen. Wenn aber so... Ach, nee. Okay, komm. Ja, so hat er dich auch, glaub ich, gemacht. Oh, das ist auch belastend. Okay, das ist okay. Oh. Okay. Das ist nice. Hast du das Ding einfach kaputt gemacht? Das ist ja... Das war schon ganz schön nice, Bram. Ein Leid... Oh! Hab das Ding wohl einfach kaputt gemacht, ja. Oh! Das fand ich jetzt beschissen. Den Münzen! Das find ich auch beschissen. Hm. Ich schieße auf den 70er oben links auf dem Fass. Boah, Junge. Der gönnt sich richtig. Ja, so eine Scheiße. Amagenon. Da war ich zu langsam. Das wäre auch dumm gewesen. Ey, ich bin selber mitgefickt. Das wäre ein Nahtalmangriff? Nein. Kein Nahtalmangriff. Oh, Peter. Eigentlich kannst du den ja gar nicht wegmachen auf der Kiste. Warum nicht? Doch, kannst du schon. Mach mal. Mach mal. Was passiert denn? Glaubt ihr, dass das fast dann explodiert? Das glaube ich nicht. Okay. Okay. Sehr gut, Peter. Achso. Ah, hm. Ja, stimmt. Da ist ja einer von meinen beiden. Das stimmt dann auch da unten. Na, nach der 70 Damage kriegt das natürlich bescheiden. Jetzt kann ich nur noch auf mich selber schießen. Ja. Einfach mal da hinten. Kannst Bram schlafen. Einfach mal in die rechte Fange. Null. Das war mega eng. Na, oder? Nee. Nicht? Okay. Habt nur noch drei Würmer hier, Wichser. Ich hab nicht mal gesehen, wo ich rechts hingeschafft hab, weil ich so da reingesucht war. Das war ich noch weg, oder? Nein, das ist es nicht. Schade. Still alive. Ich wollte den auch nicht schünen. Ich wollte den auch nicht schünen. Fällt da runter. Was war da? Der war. Ah, ne Waffe. Ah. Ah. Oh, lol. Jetzt gleich höre ich es wieder. Ka-ching. Bye-bye. I'm tired of waking. I'm tired of waking. Ich muss mich einfach nur töten. Ja. Richtig stumpf, ne? Ja, echt mal. Hab ich ja jetzt mehr erwartet von dir. Bisschen Angst habe ich ja, dass ich wegfliege. Komm, Wasser. Alles okay. Ah, das ist nix, nix gehappnet hier. Ist okay. So, okay. Jetzt haben wir das da oben schon mal, der Plätzchen. Das ist doch schon mal gar nicht so scheiße. Ich kriege keinen Falschein, oder? Nein. Okay, sehr gut. Okay, easy, easy. Okay, easy. Oh, einfach shit. Ich brauche einfach shit. Okay, hier sollte man auch nicht auf diesem Fass stehen bleiben. Da unten. Ach komm, das nehme ich mir jetzt auch noch mit. Könnte ja was drin sein, was nützlich ist. Im Wasser stehen bleiben ist wichtig. Das ist doch beschissen. Aber er hat sich geopfert für Team, Peter. Ja, das war tatsächlich nützlich. Ja, dann. Oh. Armageddon. Esel. Das Bode stinkt dir. Kriege ich das hinter den 85er? Noooi. Das wäre schon cool. Ich tippe auf Nein. Ich tippe auch, aber da in Zweifel fällt das nach unten. Ja, cool das einfach auf meinen 46er. Das wird schwer. Das wird sehr schwer. Das wäre das schaffst. Respekt. Ja, das wird nix. Oh. Ah, ein HB. Das ist ganz sicher. Das ist ja schon wieder dran. Achso, der unten ist knocked out. Hey, warum ist denn da nicht der unten dran? Der wird in der Reihenfolge doch einfach übersprungen. Ah. Ich hab' nicht dafür genug Schwupp. Ich hab' dafür genug Schwupp. Scheiße. Nein, viel zu... Keine Zeit. Lol. Alter, der war richtig gut. Was ist das für ein Scheiß jetzt gewesen, Alter? Der war richtig gut. Einfach alle Kisten zerstört. Alle Dinger kaputt. Noch 25, 21 Schaden. Alter, der war richtig gut, der Panikwurf. Das war richtig lucky. Jetzt kannst du mit dem da durchlaufen. Vielleicht, ne? Ja, lauf mal. Ja, der hat ja 5 Sekunden Laufzeit und dann nochmal 5 Sekunden Buddelzeit. Das könnte reichen. Achso, ich dachte, du meinst... Okay, ich dachte, du wirst schön mit den Dings da runterlaufen. Ich würde mit dem Würm da runterlaufen. Ja, du musst halt jetzt sofort vorbuddeln. Okay, aber du buddelst gar nicht. Ich hab' den Leertaste gedrückt und er ist halt einfach explodiert. Ja, der hat halt Angst vor Minen. Das ist halt kein Minenmaulwurf, jeder. Ja, hätte ich aber gedacht. So. Oh, wie krieg ich das jetzt weg? Nicht schon wieder Knockouten. Ja, genau. Knockouten einfach. Du hast noch 11 Minuten, bis das Wasser hochgeht. Ja, meinst du, kann man da nochmal was überlegen? Okay, komm, meinst du hier so was sagen? Junge. Warte Arme, ey. Aids wird zweimal ausgedockt. Wir denken da nochmal drüber nach. Ach, guck mal. Können ich mir noch ein paar Münzis, oder? Ach, Mann, ey. Da haben wir noch keine. Ne. Warum, Mann? Das Saruman? Ja, Saruman. Da haben wir noch keine Münzen, Saruman. Warum? I am tired of waiting. Oh. You're not even trying. Keine Münzen für dich, Brom. Uff. Keine Münzen für dich. Aber dafür habe ich die 60 geopfert. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Okay. Was mache ich denn jetzt hiermit, ey? Hm. Da unten treffe ich mich potenziell. Ja, das lassen war mal sieber. Sieber. Ja. 3, 2, 1. Oh. Ein Löchlein. Oh. Ein Löchlein. Ah. Das steht im Wasser. Ja, hat mir auf jeden Fall 5 bekommen. Also, mein Blauer wird einfach am Wasserschaden so draufgehen. Man hat ja auch keinen Wurmöcksel. Die Explosion ist riesig. Oh, da ist ja noch eine Münze. Okay. Das stimmt, oder? Geld einsammeln. Mein Hoppser. Oh. Oh. Fall nach. Ja, geh weiter nach rechts. Da kannst du sterben. Das ist okay. Bitte geh nicht. Explodiere nicht. Na ja, okay. Du hast kurz Angst. Auch ein Löchskind. Deine Angst vor dem, äh, doch vor der Explosion. Okay. Ja, links muss man wieder dran kommen. Jetzt ist der oben dran, ne? Ja, ich sei immer der. Du wirst auch zugeschissen. Du hast wahrscheinlich mittlerweile 50 oder so. Naja, der kauft sich jetzt einfach sofort Armageddon oder so'n Schein. Ja, richtig. Schau, erst Armageddon. Und wenn, dann ist das ganz schön nice. Der Esel kostet 100, okay. Komm. Oh, der Wind. Da hab ich gleich drauf geachtet. Oh, was ein Glück. Jawoll, tanzt ein bisschen. Ah, ein bisschen mehr. Ah, war schon schmerzhaft. 42, Alter. Und jetzt bin ich letzter. Mit dir will ich doch gar nicht dran sein. Mit dir kann ich jetzt gerade gar nichts anfangen. Alter. Okay. Ne. Mach mal dann einfach nochmal. Armageddon kostet 120 Münzen. Ja, hab ich schon was gesagt? Das krieg ich nicht hin. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht da oben. Er wird halt nach und nach dezimiert. Hier steh ich im Wasser. Dieses Wasser, was von oben kommt. Ich verteufel euch alle. So, da komm ich dran, oder? Ah, wieder ne Münze für Jay. Da komm ich nicht dran. Es ist hart. Es wird hart. Wie mache ich das jetzt safe? Was passiert denn, wenn ich nur noch einen habe und der die ganze Zeit ausgenockt wird? Werde ich dann übersprungen? Ich glaube schon. Ich glaube, das war safe. Ja, das war safe. Sehr gut. Diese zwei rechts davon, Bram, die sind natürlich noch full life hardcore. Full life hardcore. Ja, aber nicht mehr lange. Ja, 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 ja. Wobei man weiß, was er mir da jetzt runterfallen lässt. Naja, mittlerweile kann er sich auch einen Esel kaufen, wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Mr. Money Sucker. Ja, aber wirklich, Dagobert Jay ist am Spielen. Dagobert, Scrooge McJay. Ja, ja. Ah, ja. Ich wusste nicht, was ich mal machen soll. Du hast Geld, du hast alle Möglichkeiten der Welt. Ja, ich habe Geld. Was soll ich denn mit dem ganzen Geld? Superscharf. Ich würde mich gerne, kann ich mir Heilung kaufen? Nein. Ja. Das wäre mal was. Ich habe jetzt auch Geld. Kriege ich damit die zwei da unten kaputt? Klar. Na, ich glaube nicht. Doch, ich glaube mit Wasser. Ne, das Wasser wird über euch drüber laufen. Ne. Ich glaube, wir machen uns beide weg. Jetzt benutzt den Maulwurf doch einfach nochmal. Peter, der Bram, Schlangenzunge, ey. Jetzt läuft der über die Biele drüber. Jetzt läuft der da drüber, ich glaube schon, ja. Ja. Oder einfach... Oh, du war echt gut, Junge. Alter. Das war Lack, aber ja, dir war gut. Ja. Okay. It's time to do some crazy shit. Oh, ich bin gespannt. Time to do some crazy shit. Okay. Oh, crazy schlecht. Oh, ich hatte mir schon gedacht, ich war einfach schon überlegt. Ich habe mir schon gedacht, was du tun willst. Oh, das ist jetzt ja... Jay, wir können jetzt hier zusammen, ne? Als Freund. Jay hat Money. Katsching. Oh. Alter. Was ist denn das für ein Schmutz? Ja, genau. Fuck da. In der Kiste. Scheiße, ich bin dran. Okay. Okay, Überfall. Ja, die Kiste, da kommst du da dran, Peter. Ja, pass auf. Kann ich hier meine gute Position aufgeben? Mmh. Wui. Und jetzt? Ja, ich will noch Health. Oh, scheiße, ich habe in den Kopf gestopzt. Wo war es? Nein, das geht zu weit. Ah, nee, Wasser ist cool. Ja, was ein Lack. Okay, jetzt habe ich Stress. Okay, das war Stress. Ja. Blub, blub, blub. Boring. Geil. Geil. So, was machen wir denn jetzt? Nicht mehr mich in Knockouten. Fürs Erste. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Ja, halt, man muss auch mal Schaden machen, ne? Ach, das wäre... 35! Das ist gar nicht so wenig. What? Guck mal, die hat nur 38 HP da oben. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Aber lässt du mir jetzt auf mein Köpfchen fallen? Das wird nix. Ich hoffe, sieh doch einfach Dynamit. Ich hoffe, sieh das nicht wird. Weitere ging einfach daneben, oder was? Ah, nee. Hat man auch schon Dynamit, weißt du? Ich habe doch die Aufgabe, mit den Sachen, die wir gekriegen, zu dir zu nutzen. Dann hättest du vielleicht noch mehr Damage machen können. Ja, aber weißt du, wie viel Dynamit kostet? 30! Wie viel hast du denn? 30! War es nur 30? Als ob ich hier so viel Geld hätte. Ich habe das alles auf der Bank angelegt. Ich habe nur keine Zinsen. Okay, pass auf. Ich habe gerade was Cooles gekriegt. Nicht der Dagegenhau. Spült er den dann da runter? Nein. Ja. Verfickte Scheiße. Das ist richtig beschissen. Hi, Jay. Das habe ich halt vor. Das ist jetzt richtig beschissen. Mann, ich habe doch schon kein Leben, ihr Witter. Ja, das stimmt eigentlich. Aber du stehst halt vor mir. Hi. Boah, das darf doch nicht wahr sein. Ja, komm, du bist direkt vor meine Füße gefallen. Okay. Okay. Alter, was da an Kisten ist. Ja. Das ist echt krass. Revenge of the Sith. Katsching, katsching kam da auf einmal. Uh. Geil. Mit Wasser füllen, sagst du? Ich hoffe einfach mal, dass da nicht Gewitter hinkommt. Das ist ja mega geil. Okay. Ja, ihr fickt mich ja die ganze Zeit. Ja, nee, ist schon richtig. Okay. Was mache ich denn? Das ist doch hier alles beschissen, Alter. Von dir aus kann ich Bram noch in 100 Jahren nicht treffen. Ich kann das hier nochmal wiederholen, weil ich vorhin gemacht habe. Zu weit. Ja, war zu weit. Aber viel zu weit. Gar keine Schnitte. Bisschen zu weit. Uff, äh. Was ein Fail. Oh, das ist ja sehr nett. Pass auf. Oh nein. Mal gucken, ob das was wird. Kriege ich das Loch da mit Wasser gefüllt, wenn das da jetzt runterläuft? Ach. Wir probieren es einfach. Why not? Okay. Oder deswegen nicht. Es regnet, Bram. Es regnet. Dein Würmchen wird nass. Get it for me, Daddy. I'm going to be hurt. Warte. War hier dafür gekommen? Was? Ja, das geht halt nicht da durch. Hast du doch selber prediktet, oder nicht? Das ist jetzt mal mega enttäuschend. Das ist mega enttäuschend. Okay. Come on. Okay. Zu weit. Alter. Nice. Serviert Bram doch alle dahin. Ja. Fuck you. Wie, was heißt denn? Oh. 140 Leben, Peter, ey. Aber noch ein bisschen, ne? Das war aber unendlich viel. Was ist das jetzt? 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 19. 20. 19. 20. 20. 20. 21. Aber dem oben hab ich nur zwölf gemacht. Okay. Aber ich würd sagen, das war halt wert. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 21. 21. Aua. Das ist das Belastendste. Ist der 29er dran. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist der 29er. Der, der neben mir im Wasser steht. Gott sei Dank. Schmeing. Jeder hat doch bestimmt Wurmwechsel. Jetzt kannst du das Item holen. Ja. Dann kann ich vielleicht nochmal den Maulwurf benutzen. Das ist zu druck. Der Maulwurf. Nee, das ist nicht der Maulwurf. Ah ja. Das sieht nicht gut aus. Für Fuckface. Mann. Mann. Das ist doch scheiße jetzt. Ich glaube, ich sterbe als erstes. Fuck ey. Das gibt es doch nicht. Also, Bram wird den einen mit dem 21er nicht da hochkommen. Warum nicht? Ey, der kann jetzt jetzt zu eng. Der wird ja nicht durchpassen. Achso. Die 36 wird doch leben. Glaube ich. Außer der hat irgendwas. Ja. Ja, gut. Die ist jetzt auch natürlich als nächstes wieder dran. Weil der hat einen eingekillt. Der Wittner könnte das durch den Maulwurf hochbringen. Ja, jetzt. Egal. Der ist als nächster wieder dran. Dann kann er jetzt einfach Wasser runterschicken. Daddy for me, Daddy. Dann gehen wir nochmal. Ja, nochmal nach oben. Aha, aha. Geld for me, Daddy. Das sieht alles belastend aus. Alles okay. Ich hab was vertan, nicht? Ich hab was vertan, nicht? Ich hab was vertan, nicht? Oh, das fand ich gut. Oh. Okay. Hätte schlechter kommen können. Also, theoretisch. Aber mit ein bisschen mehr Zeit und mit ein bisschen mehr... Ich hab mich vertan an einer Stelle. So eine Scheiße. Supplies. Hm. Supplies. Heiße. Junge, er opftet einfach sogar das Wasser. Easy sein. Das sind einfach zehn. Nicht so teuer. Abspülen die Verstopfung. So. Okay. Vier Würmer noch. Ich sehe meine Totendinger aus. Hat einer von euch die gleichen Totendinger wie ich? Haben wir hier drei Unterschiede? Nee, wir haben drei Unterschiede. Ich weiß, was du hast. Okay. Oh, 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 oh. Das könnte dick sein. Das könnte dick sein. Ah, warum hast du was schön gekriegt? Bin zufrieden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen kann. An demselben. Boah, Alter. Holy shit. Boah, boah. Was? Wieso geht das nur vier Sekunden? Was? Ja, was? 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 Weiß ich nicht. Okay. Ich versau's auch noch, fast töte mich selber, Alter. Boah, ist das schlecht. Bist du meiner? Ja, ist er. Wieso passiert nichts? Weil der Blitz schlagt nur Schaden nach. Weil der Blitz... Nein, eigentlich müsste der genau wiederbeleben. Also, eigentlich hätte das klappen müssen. Lag das an der Kiste? Ich fühle mich nur gerecht behandelt jetzt. Lag das an der Kiste? Das verstehe ich. Ich kann's dir ja auch nicht sagen, Peter. Ja, come on, Alter. Hä, was ist das? Achso, jetzt kannst du das... Ich hab schon ganz schön viel Angst. Darf ich jetzt gleich darüber laufen? Ich voll geil. Danke, Bram. Vielleicht war er nicht so smart. Aber vielleicht macht er gleich auch den Bum, den ich wollte. Hm. Belastend. Weck die Sau. Hey, kommt dran. Oh, jetzt geht das Wasser hoch. Kommt dran. Warte auf euch. Oh, das geht aber ganz schön viel hoch. Warte auf euch. So, eh alle Teleports offen. Ja, das ist jetzt scheiße. Wenn ich hochgehe, sterbe ich ja safe. Ich hab überall safe. Scheiße. Ja, wobei nicht überall, überall. Let's go. Hat sich unter den Stein teleportieren, den Bram dahingesetzt hat. Ja, hab ich auch drüber nachgedacht. Aber ist mir auch zu gefährlich, weil Bram mich dann von unten abschießt. Und das ist kacke. Okay, ich hab einen neuen Plan, nachdem ich Jada oben so eine Brücke gebaut hab. Brücke war nice. Bislang. Ja, die Brücke war schon nice, ne? Jetzt weiß ich nicht, was jetzt passiert. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Bin selbst sehr gespannt. Keine Ahnung. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Schade. Oh mein Gott, ist das lucky, dass ich da in so einer kleinen Ecke war. Ich dachte, vielleicht wirst du da so leicht rausgeschwappt, weißt du? Ich hab gerade mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Bin ich ehrlich. Bist du early, ne? Bin ich early. Kann ich die falsche Taste drücken? Warum sind die denn immer nur vier Sekunden lang? Aber das war nicht die ganze Zeit so. Nein, 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 böse. Ach nee. Böön. Und noch die Waffe gesnackt. Okay, einmal bin ich noch dran. Ich muss also gleich glänzen. No pressure, aber ist halt true. Was macht Peter da jetzt? Okay, jetzt muss ich glänzen. Ich muss in diesen Zug. Der muss sitzen. Der muss jetzt sitzen, Dennis. So. Zack. Jetzt zurück. Nimm das. Komm, das muss jetzt funktionieren. Das funktioniert nicht. Schade. Ich darf noch. Okay, cool. Was mache ich? Hand it over. Ähm. Okay. Panik Das ist okay Damit geht Bram von uns Das ist okay Nicht der erste Ich werde jetzt versuchen mit Style natürlich zu gewinnen Scheiße Das war kein Style Das war kein Style Das war AJ Styles Das war scheiße Also Peter Ich will ja nichts sagen Aber du könntest den Totengräber noch auf deinen Ripp nutzen Ja, aber dann ist die Runde vorbei, oder? Heißer, das kann sein Das wäre ja belastet Habe ich jetzt vielleicht nicht dran gedacht Wie kriege ich dich tot? Wie kriege ich dich tot? Was bist du? Ah, das zackt Nee, das kann ich mir nicht leisten Okay Dann Komm ich hier noch hoch Ah Okay Kannst du da noch einen hören, ne? Da habe ich keine Zeit für Oh Scheiße Oh, was ist denn Glück? Da hat er nochmal nach oben korrigiert Habe ich gar nicht Das sah aber so aus Dann warst du halt generell zu hoch Ja Takt ist, du hast du nicht getroffen Hast recht Ist auch gut so Das ist ganz schön belastend Nee Oh Oh Nein Autsch Buuuuu Hu hu Ja da Auf jeden Fall Bam 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 Hat er auch alle Kisten bekommen In diesem Spiel Steht halt irgendwo Wer die meisten Kisten bekommen Meiste eingesammelte Kisten blau Ja Jo Meinen kann man fehlen Haben dann trotzdem nur zwei da Ja Bam hat acht Kisten Nee, fuck es ist nicht Hat acht Kisten eingesammelt Okay, whatever Bedankt für's Zuschauen Auf rein Tschüss Tschüss